Oh Mann, Mann, ist das schön. Oh Stefan, schau dir nur die Sterne an. Dein der Mund. Erzähl doch mal, erzähl doch mal einen Schlank aus deiner Jugend, ne? Ach, steck mal, steck mal, ich schau dir nur die Sterne an. Ja, nie, nie war die Sonne so heiß wie im heißesten Sommer, den ich jemals erlebte. Das war am Popo, karte Petel und ich hatte keine Knete für den Einweg, den ich so sehr sehnte. Ja, die Straßen zu den Dörfern in den Tälern, die dort lagen, waren staubig und das machte mich durstig. Ja, und so trank ich von dem Wasser auf den Brunnen, dessen nass ich das Himmelszelt spiegelte. Ja, Millionen von Sternen begegnen sich gern, ja, sie funkeln sich an und bewegen sich dann. In das dritte Jahrtausend, in die arktische Nacht, wo man sie dann in die Kälte der Erde verpasst. Fangt sie auf in 2000, fangt sie auf, fangt sie auf in 2000. Fangt sie auf, fangt sie auf in 2000. Fangt sie auf in 2000. Lichtjahren sind sie verfrei. Nie war der Mond so bekannt als Dramat wie im Sommer 69. Er war der Fernsehstar für einen Nacht, sah man ihn klar entschreuz und weiß, konnten wir ihn betrachten. Doch war der Schritt, den Niel der machte für die Menschheit, zum Gesege bist groß, wie er sich das dachte. Die Menschen jubelten ihm zu, doch fangt von Jupiter, er lachte und entfachte seine Normes. Bei der Trämpfe des Kronen, Millionen von Sternen begegnen sich gern, ja, sie funkeln sich an und bewegen sich dann. In das dritte Jahrtausend, in die arktische Nacht, wo man sie dann in die Kälte der Erde verpasst. Fangt sie auf in 2000. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020